Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute habe ich glaube ich das Maximum erreicht. Ihr habt mir nochmal Tipps gegeben, diesmal vom lieben Randori89, PandaKing, Aitula Kufa, Robert Lauch und wieder dem Feuervogel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich mache das erst einmal und dann schauen wir gemeinsam, was ich gerade gemacht habe. Goldener Schwur. Flamme gibt mir Kraft. Linke Seite Seppuku. Rechte Seite Seppuku. Die Arznei nehmen. Guckt mal bitte oben links die ganzen Buffs an. Auf ihn drauf. 4K mit einem Sprungangriff. Okay, was habe ich gemacht? Also als allererstes natürlich wieder die weiße Maske. Dann die Rabenrüstung für den Sprungangriff. Ich habe diesmal das Großmesser, das nochmal mehr Blutverlust macht. 91. Wir hatten ja das Plünderkrummschwert. Das hatte ein bisschen weniger. Und ich glaube auch hier die Skalierung ist ein bisschen krasser. Auf beide Seppuku. Ich habe erst goldenen Schwur gemacht. Dann Flamme gibt mir Kraft. Dann linke Seite Seppuku. Dann rechte Seite Seppuku. Und dann die wundersame Arznei. Und dann macht ein Sprungangriff 4000. Also also wenn jetzt also jetzt geht glaube ich nicht noch mehr, oder Leute? Also wer jetzt noch einen Tipp hat, dass noch mehr geht. Also glaube ich nicht. Also nochmal. Goldener Schwur. Flamme gibt mir Kraft. Wechsel wieder aufs Großmesser. Linke Seite zweihändig Seppuku. Wichtig ist erst links, dann rechts, wurde mir gesagt. Dann rechte Seite Seppuku. Dann die Arznei reinhauen. Und jetzt Abfahrt. Das ist fast ein Two-Hit. Der hat 8000 Leben. 8000 Leben mit Hammer. Das ist einfach zu geistesgestört. Das ist einfach zu krank. Also das macht gar keinen Sinn. Wenn ich überlege, wie ich mich hier abgerackert habe. Okay. Ich glaube das Thema ist abgeschlossen. Also nochmal. Blutiges Großmesser habe ich jetzt genommen. Das findet ihr am einfachsten. Wo habe ich es geholt? Hier unten. Da. Katakomben des Gräberwalds. Da ist direkt am der Gnade ist so eine Nebelwand, wo ihr durch müsst mit einem Steinschwertschlüssel. Das war am einfachsten. Da ist ein Skelett mit so einem Großmesser. Und da könnt ihr das farmen. Ich war relativ lucky. Die Drop Chance ist wieder bei 2%. Ich habe echt nicht lang gebraucht. Und jetzt gucken wir uns das nächste Bild an. Mit der doppelten blasphemischen Klinge. Ich hatte das schon angekündigt, dass ich das mal ausprobieren will. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig, richtig Bock macht. Also wir machen wieder Flamme gibt mir Kraft. Wir machen wieder goldener Schwur. Arznei drauf. Ein bisschen weniger Bass, weil wir haben keinen Seppuku. weil ich will jetzt trotzdem wissen, wie viel Schaden das macht. Ja. Ja. Finde ich das eine geile Alternative, weil man heilt sich ja auch noch dadurch, ne? War das nicht so? Die blasphemische Klinge, die heilt einen, oder? Greif mich mal an, Kollege. Ah, ne. Nur der L2-Angriff heilt anscheinend. Ja, okay. Ja, der heilt. Oh, der ist runtergefallen. Ups. Ja, okay. Blasphemische Klinge, auch abgehakt. Weniger Schaden, aber auch geil. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich nicht die perfekten Stats, ne? Also, der skaliert B auf Glaube. Ich habe nur 25 Glaube. Das wird mit 50 Glaube natürlich nochmal stärker. Ähm. Aber ganz geil. Blasphemische Klinge finde ich richtig, richtig cool. Sieht geil aus und der L2 ist auch mega geil. Und jetzt gibt es nur noch eins, was mir gesagt wurde. Blutige Ströme. Und bevor ihr euch mal fragt, alles plus 10, plus 25, plus 10, ne? Keine halben Sachen. So. Blutige Ströme. Was macht eigentlich blutiger Metzler? Okay, das, das. Wir machen Goldener Schwur. Flamme, gibt mir Kraft. Die Arznei rein. So. Blutige Ströme. Abfahrt. Okay, vielleicht ist der L2 der krasse. Ja. Ja. Ist ganz nice, oder? Ist kein Vergleich zum Krummschwertschaden. 8000 mit zwei Angriffen. Das ist, glaube ich, ich glaube echt, das ist Endstufe. Da hatte der Ähm, Aytula echt recht. Das ist, also ich mache mal ohne Buffs. Oh. Oh, okay. Ich verstehe, wie so viele blutige Ströme mögen. Ich versuche mal ein bisschen L2 Angriffe zu machen. So, jetzt ohne Sprung einfach mal so rein. Mit L1. Ja, ja. Ist geil auf jeden Fall. Ist geil. Aber alles halt ohne Seppuku. Und die Seppuku, das ist halt komplett broken. Mit dem Großmesser. Ich muss es mir noch einmal reinziehen. Das ist, der Schaden ist komplett broken. Das ist das, was so übertrieben viel ausmacht. Und Sprungangriff. Ah, das ist, also das ist, das ist komplett verrückt. Man könnte es sogar noch stärken, wenn ich ein bisschen mehr auf Arkan hätte. Ja, mehr gibt es von mir heute nicht zu sagen. Wer noch mal sehen will, was ich habe. Ich benutze natürlich Scherbe von Alexander. Gunst des Erdenbaums habe ich immer drin. Der ist einfach broken. Die Schwertinsignie und natürlich Jubel des Blutes. für Sprungangriffe, Raubvogelfedern, ansonsten immer Rüstung der schwarze Klinge. Weiße Maske ist Pflicht mit Blutung. Ich habe hier das Siegel der Goldenen Ordnung. Da wird es wahrscheinlich auch noch ein besseres Siegel geben. Also man kann bestimmt noch, noch, noch mehr Schaden rausholen. Ja, und dann das Großmesser. Also das Großmesser ist noch mal krasser als das Plünderkrummschwert, was man ja relativ spät bekommt. Schaut mal. Die Skalierung ist weniger und Arkan ist halt weg. Es gibt keinen Arkan. Ah, das ist aber auf Okkult. Ich soll jetzt mal auf Okkult versuchen. Das machen wir jetzt noch schnell. Sekunde. Wir machen jetzt noch mal auf Okkult. Ich habe beide Großmesser auf Blutig gehabt, weil mir der Aitula nicht gesagt hat, was ich drauf machen soll. Deswegen machen wir das Ganze noch mal mit Okkult. B auf Akkan. Ich glaube, ich muss echt reskillen, äh, respecken. Das ist natürlich das. Sorry, Leute, wer jetzt schon sich die Tasten, äh, die Fingerbund geschrieben hat, dass ich doch nicht auf Okkult habe. Ich habe es jetzt gemacht. Jetzt probieren wir das Ganze noch einmal. Ich kann das Ganze fast Weapon-Showcase nennen, ne? Also erst mal Goldner Schwur. Flamme gibt mir Kraft. Links Soboku. Nein! Rechts Soboku. Arznei rein. Links oben die Buffs beachten. Und Sprunggriff. Oh. Oh, okay. Ich habe keinen Passiv-Effekt mehr, Leute. Großmesser dann doch auf Blutig. Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Eitula, falls du das noch mal siehst. Äh, du hast dazu nichts gesagt. Mach ich es auf Okkult oder mach ich es auf Blutig? Da ist zwar die Arcan-Skalierung höher, aber ich habe keinen Blutungsschaden auf dem Passiv-Effekt. Das wäre natürlich eigentlich noch Key, die Blutung. Ich werde es auf jeden Fall mit Blutung spielen, weil der Schaden wäre ja komplett geistgestört. Und ich habe gerade eh nicht so viel Arcan. Falls hier auf Arcan geht, macht das vielleicht mehr Sinn, auf Okkult zu stellen. Aber ich stelle jetzt auch mal auf Blutung. Und dann würde ich sagen, äh, war es das von meiner Seite aus. Ich glaube, das ist das letzte Video zu diesem ganzen Blutungsthema. Ich glaube nicht, dass man da noch was Krasseres zeigen kann. Äh, gerne das Video liken, den Kanal abonnieren, es würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, in den Kommentaren, falls ihr da noch mal eine andere Idee habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!